Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir den Pizza Simulator. Wir haben hier auch direkt zwei Pizzen, die wir liefern müssen und dann legen wir auch mal direkt los, also wir müssen hier uns ein Auto mal schnappen, das Auto aussteigen leertest du, also man kann, ah ok, ja gut, so gut. Wir müssen jetzt die Pfeile hier verfolgen und dann kommen wir zu diesem Haushalt hier, B5, da müssen wir jetzt hin und hier ist beispielsweise B5, dann parken wir jetzt hier, steigen aus und gehen dann halt zur Tür. Dann klingeln wir und geben die Pizza ab. So, tschüss. Ok, und dann geht es auch schon weiter. Ich nehme euch jetzt die. Man kann hier halt schlecht lenken, das ist das einzige Problem. So, verdammt. Also A2, jetzt muss ich zu A2, ich kriege irgendwie keine Linie. Ah, hier hinten ist A2, ok. Und ja, so, dann steigen wir wieder aus und dann geht es auch wieder los. Vielen Dank, ja, kein Problem. So, man kann hier auch irgendwie sein Haus erweitern. Also hier gibt es auch Villa und sowas. Kann man eigentlich, kann man aber im Moment auch nicht. Man muss erst mal hier das kaufen. So, Inventar, was ist das? Ach, ein Handy. Ah, da kann ich Fotos machen. Ok. Hier kann man sich dann so... Beispielsweise das hier in seinem Haus stellen. Achso, das ist schon gerade. Ja, so, jetzt bin ich leider im Nirgendwo. Ich hoffe, das funktioniert und ich spawne jetzt dort. Man kann ja auch Emotes irgendwie machen. Ja, 50% mehr Münzen pro Gehaltscheck. Doppelt, äh, doppelt so viele Münzen in den Tag in den Schecks. Okay. Also das hier hat man nur mit Premium praktisch. Okay. Ah ja, jetzt bin ich wieder hier. Perfekt. So, Auslieferant. Ah, ich bin jetzt Koch. Okay. Aber ich will nicht Koch sein. Okay. Zum Stuhl des Menos, sobald der Job frei ist. Okay. Du bist Verpacker. Okay. Ja, ich habe keine Verpack... Verpackungen. Du bist Auslieferant. Nee, ich will aber nicht Auslieferant. Äh, ja. Das funktioniert jetzt irgendwie nicht. Was? Hä, warum kann ich das denn hier nicht? Ah. Das kann man hier irgendwie nicht benutzen. Okay, jetzt sind wir anscheinend Koch. Nicht gekocht. Na, dann lege ich das halt hier unten hin. So, und dann da drauf. Nicht bestellt. Teig. Ich habe auch keinen... Ich habe auch keinen Teig. Wo kriege ich denn Teig her? Ja, hier ist ja nichts. Das kann mir rein. Ich brauche Teig. Warte. Ja, ich habe keinen Teig. Ich kann nichts machen. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Verpacker. Ja, ich habe keinen Teig. Ich weiß gar nicht, wo man Teig herbekommt, tatsächlich. Also, das hier wird auf jeden Fall bestellt. Ja, Teig. Wo bekommt man Teig her? Doppelzeit. Oh, jetzt kommt Teig. Aha. Die wird nicht bestellt. Okay, das muss man hier rein. Kein Käse. Ah, da muss auch noch Käse drauf anscheinend. Ey. Kann er mal aufhören, wenn wir... ...zu klauen? So, und jetzt da rein. Keine Soße. Och, Junge, noch mehr Extra-Würste. Ach, Junge, können die sich immer verpissen, weil die nerven mich. So, da ist auch noch eine. So, Soße, Pilze und Käse. Dann einfach nur Soße. Das gleiche nochmal. Zack, zack, zack. Kein Käse. Ah, da muss Käse drauf. So, also Käse. Käse. Okay, so. Dann einmal mit Soße und Käse. Okay. 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 So, dann einmal das, das, das. Dann einmal das und das. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich es aber verstanden. So, dann einmal wieder das, 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 das. Das, das, das. Und jetzt einfach nur das, 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 das. Und dann nochmal das. Ey, ich will die hier rein machen. So. So. Okay, jetzt weiß ich, ja. Jetzt weiß ich, wie man es wenigstens macht. Nicht gekocht. Warum sind denn hier die überhaupt drin? Nein, kein Foto. So, dann da rein. Aha. So, jetzt sind alle Bestellungen fertig. Jetzt müsste doch rein theoretisch hier vorne dann alles liegen hier. Ey. Mann. Und dann da rein. Jetzt sind wir irgendwie alles. Okay. Perfekt. So. Wir sind hier drin. Aha. Ach so, da kann man, äh, den Manager entfernen. Ach so, der hat das jetzt schon gemacht. Na, ich bin schneller als du. So. So, fertig. Können wir jetzt mal an der Kasse. Ich bin so weit. Okay. Okay, der wird das hier. So. Wir sind jetzt irgendwie alles. Ist aber hoffentlich nicht schlimm. So. Hm, 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 hm. Eine Sekunde. Bitte. Bitte. Ja, bitte bestellen wir aber schneller. Das wäre sehr nett, weil ich viele Kunden noch habe. Da ist wieder irgendwas. Okay, mach dich gerade. Was auch immer, die hier reden, anstatt mal die Kunden zu bedienen, reden die hier einfach nur. Aber ist ja nicht so schlimm. So, nimm dir Zeit und bestell mir, wenn du so weit bist. Okay. Hallo. Ich will mit dir reden, da jetzt. Okay. Na, du willst nicht. Dann hast du halt Pech. Ich will mit dir, wenn du so weit bist. Also habe ich ja schon gemacht. Okay. hier ist gefördert naja leute ich würde sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lassen mich ein abo und kommentar da wir sehen uns im nächsten video wieder hau rein leute euer start